So, dann darf ich euch einmal herzlich hier begrüßen bei unserem Community-Call von Planet Soul. Viele kennen mich aus dem Radio von Radio Soul und dieses Radio Soul kann nicht alle Bereiche abdecken, die wir so in die Welt tragen. Darum haben wir auch den Namen Planet Soul gewählt. Planet Soul ist sozusagen der Überbegriff für dieses Unternehmen, ein Unternehmen der neuen Zeit, das wir gegründet haben. Die Idee ist schon von 30 Jahren entstanden. Ich werde auch gar nicht so viele Sachen wiederholen von früher. Es gibt in dem Zusammenhang drei Videos bereits auf unserer YouTube-Plattform, wo bereits das Planet Soul P-System erzählt wurde und erklärt wurde. Und da lade ich euch ein. Geht einmal auf YouTube und gebt ein slash Planet Soul TV und dort findet ihr diese drei oder geht einfach auf die Suchleiste YouTube und dann Planet Soul P eingeben. Dann kommen die drei Videos. Und ich möchte heute nicht noch einmal erklären, wie das Planet Soul P-System funktioniert, sondern ich bin eher heute so unterwegs, dass ich sage, ich habe das vor zwei Jahren vorgestellt, ich habe das voriges Jahr vorgestellt und bis jetzt wurde das noch nicht auf einer größeren Skala umgesetzt. Woran liegt denn das? Und heute gibt es, würde ich sagen, einmal die Idee, wie können wir dieses Planet Soul System für unsere eigenen Projekte verwenden? Also ich möchte nicht euch jetzt etwas vorstellen, wo ihr alle bei mir mitmachen könnt, sondern ich möchte euch das, was ich euch vorstelle, so präsentieren und nicht nur präsentieren. Ich möchte euch einladen, es so zu mützen, dass wir das alles, alles, was ich heute mache, für euch, euch anbieten, dass ihr in eurem Verein und eurer Region macht eben. Und genau, hier gibt es jetzt einmal eine Folie, würde ich sagen, die ich schon freigeben. Seht ihr das Bild hier? Ja, gell? Lebenskultur geht auch nachhaltig, genau. Ja. Ja. Und das ist... Ich möchte kurz dazu, die Aya hat gerade geschrieben, es braucht Multiplikatoren, um eine möglichst geschlossene Wertschöpfungskette zusammenzubringen. Super, Multiplikatoren, das ist wichtig, ja. Ich habe hier, das ist der Flyer, der Einladungsflyer, wo ich auch drauf geschrieben habe, worum es mir geht. Es geht mir um mehr Freiheit, mehr Freude, mehr Frieden, mehr Füreinander. Und mit unserem Radiosender, da bedienen wir dieses Feld mehr Freude. Also das ist meine Passion und ich möchte hier ein Feld der Freude in die Welt tragen mit Radio Soul. Aber die Freude allein ist es noch gar nicht. Wir brauchen auch mehr Freiheit. Und deswegen heute eben dieses Planet Soul Pay. Und die Frage ist eigentlich an dieser Stelle an euch gerichtet. Fragt euch für euch selbst jetzt, warum seid ihr eigentlich hier? Was hat euch denn angesprochen, dass ihr hier seid? Was ist es denn? Ist es nicht wirklich in erster Linie auch diese Freiheit, die wir uns wünschen, die wir nicht so in diesem derzeitigen System und in unserer Umwelt sehen? Und natürlich wird der eine oder andere sagen, gibt es gar nichts auszusetzen. Ich habe meine finanzielle Freiheit, mir geht es super. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, finanzielle Freiheit ist übertrieben. Ich bin eigentlich finanziell unabhängig. Da spreche ich vielleicht auch die Leute an, die einen Beruf ausüben, finanziell versorgt sind. Aber man könnte sagen, eigentlich üben sie nicht ihren Beruf aus. Vielleicht könnten sie etwas anders tun, was ihr Herz mehr erfüllt, was mehr Sinn bringt. Also dieser Weg von Beruf zur Berufung, der steht gerade für viele an, aber sie wissen nicht so, wie sie es richtig tun sollen. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, das ist die Kategorie, ich bin pleite. Diese Menschen gibt es auch, die wissen jetzt eigentlich gar nicht, wie sie irgendwo anders durchstarten können. Und dann gibt es noch eine vierte Kategorie und die heißt, ich bin hoffnungslos verschuldet. Und zu der Kategorie habe ich lange dazu gehört, ich war aufgrund eines Finanzcrashes mit meinen ersten Firmen hoffnungslos verschuldet. Und ich wähle das jetzt so deswegen, weil wenn du hoffnungslos verschuldet bist, ist es so ähnlich wie, du kannst durch normale Möglichkeiten nie rauskommen. Also ich kann noch so viel hacken in meinem Leben, das könnte ich nie wieder aufholen. Und du suchst nach neuen Dimensionen, nach neuen Ideen. Und an dieser Stelle muss es einen Ausstieg geben. Es ist so ähnlich wie bei einem Nahtoderlebnis. Ich habe sehr viele meiner Studiogäste, die oft in ihrem Leben dann etwas Gravierendes verändert haben, wenn sie ein Nahtoderlebnis hatten oder ein finanzielles Nahtoderlebnis, so wie ein Konkurs zum Beispiel. Und dann braucht es eine Neuorientierung, auch auf einer ganzheitlichen Dimension. Ganz kurz Gerhard, entschuldige. Gerhard, entschuldige, ganz kurz. Kannst du das als Bildschirmpräsentation einschalten? Dann sieht man das als komplettes Bild und nicht dein Gesamtbild. Ja, kann ich auch machen. Das geht so. So, jetzt muss ich wahrscheinlich den Bildschirm ändern, oder? Seht ihr jetzt das Vollbild oder noch nicht? Nein, noch nicht. Dann geht das nur so, indem ich das Freigeben nochmal stoppe. So, hier rüber. Jetzt, oder? Ja. Jetzt das Vollbild? Super. Gut. Ja, danke. Genau, und heute, also wir haben unterschiedliche Zugänge und meine Frage auch ist, warum kann das dich interessieren heute? Entweder bist du privat, ein Mensch, der eine Familie hat auf der privaten Seite, es interessiert dich privat, oder du hast eine Community oder du hast ein Unternehmen. Ich kann euch heute schon sagen, das, was ich euch bringe, ist für alle interessant und wenn ich sage einmal für alle, was ist das Kollektiv? Es gibt gerade eine interessante Umfrage, was die Menschen am meisten gerade beschäftigt und sogar beunruhigt. Was glaubt ihr, was glaubt ihr, ich sage, es ist die Teuerung, das ist spannend. Also, die Teuerung ist das, was die Menschen gerade am meisten beschäftigt. Außer halt, du lebst in der Ukraine, dann hast du noch andere Probleme oder in anderen Ländern, aber jetzt bei uns ist das jetzt das Hauptthema in Wirklichkeit. Und wir haben hier ein Bild aus dem vorigen Jahrhundert, Teuerung, Inflation, das, was wir jetzt so spüren, das kann sogar eine Hyperinflation führen und das ist so ein Bild, wo die Menschen erstens einmal einen totalen Wertverlust hatten von ihrer Kaufkraft und es musste alles neu gemacht werden. Also, das war ein Elend damals, man kann sich das gar nicht vorstellen und im Prinzip wollte ich das nur deswegen sagen, wenn wir es einmal als Kollektiv erlebt haben, warum soll es nochmal passieren? Es muss nicht wirklich nochmal passieren. Wir können jetzt schon im Vorfeld überlegen, was können wir tun, dass solche Dinge sich jetzt nicht, ja, sagen wir mal, potenzieren oder überhand nehmen. Es gibt auch eine Strategie, die, könnte man sagen, von der globalistischen Politik umgesetzt wird, auf die werden wir noch drauf eingehen. Und eines ist interessant, wenn wir von Politik oder Wirtschaft reden, geht es in letzter Linie immer ums Geld. Und das war spannend, vor kurzem hat ein Politiker in Österreich gesagt, wie er über die ganzen Probleme im österreichischen Gesundheitswesen gesprochen hat. Hat er gesagt, am Ende zählt immer das Geld. Und dieser Satz, hat man gedacht, okay, sind wir, ist Österreich denn am Ende? Und gibt es vielleicht etwas, was darüber noch steht? Gibt es etwas, was es mehr gibt als nur das Geld? Wobei ich das Geld jetzt nicht abwerte, wenn ich nur sage, sondern Geld ist etwas Wertvolles. Und die Frage ist, gibt es über dem Geld noch etwas dazu? Kann sich das Geld weiterentwickeln? Und dazwischen, wenn ich von Geld rede, rede ich auch von einem Geldsystem. Viele haben schon herausgefunden, da gibt es unglaublich viele Abhandlungen darüber, dass sogar ein Fehler im Geldsystem in dem Sinne drin steckt, dass es systemisch bedingt auf dieser Welt zugeht, dass ungefähr ein Prozent, dass die Mehrheit des Geldes und des Kapitals sozusagen zur Verfügung haben und 99 Prozent damit nicht wirklich leben und umgehen können. Und dieses Geldsystem, ob da jetzt ein Fehler ist oder ob es sich einfach nur jetzt weiterentwickeln möchte, das will ich jetzt auch nicht werten. Auf jeden Fall hat vor 100 Jahren, ziemlich genau vor 100 Jahren, John Henry Ford gesagt, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, dann hätten wir eine Revolution von morgen früh. Vielleicht gibt es in unserer heutigen Diskussionsphase auch noch das eine oder andere, was denn da falsch ist, aber ich möchte gar nicht so sehr das Gewicht jetzt in diesem Vortrag oder in dieser Präsentation hinlegen, sondern ich möchte euch einfach nur einmal die aktuelle Entwicklung des Geldes beziehungsweise der Geldarten zeigen. Wir wissen alle, es gibt Bargeld, es gibt die Banknoten, manche sagen auch Scheingeld, unter Anführungszeichen, die Scheine und dann gibt es das Buchgeld. Und die Frage ist jetzt, kann sich, das hat sich alles nach der Reihe entwickelt, wir wissen das ja alles über tausende Jahre, wahrscheinlich von der Muschel bis daher, also das Buchgeld gibt es ja jetzt noch nicht so lange in der Evolution des Geldes, aber vielleicht gibt es nach dem Buchgeld noch etwas anderes, etwas, was zusätzlich gilt. Und deswegen habe ich heute gesagt, eine Ergänzung zum Euro und nicht jetzt eine Alternative zum Euro, sondern das Geldsystem ist gewachsen, wie es ist. Es hat Vor- und Nachteile und die Frage ist jetzt, können wir vielleicht eine Ergänzung entdecken, wie wir damit besser umgehen können. Ich habe erst vor kurzem mit einem Nachhaltigkeitsexperten gesprochen, der hat, wie ich ihm gesagt habe, ich habe so ein alternatives Tauschsystem entwickelt, hat er gesagt, das ist zwar schön und gut, aber in Wirklichkeit, so sieht er das, geht es darum, dass wir nicht einmal gelernt haben, wie das Geldsystem funktioniert und verstehen, wie das Geldwesen tickt. Also es gibt ein Geldwesen und es gibt eine Art, wie wir diesen Geldwesen umgehen können. Und das ist auch eine wichtige Sache. Wie gehen wir eigentlich sehr wertschätzend mit Geld um? Das sind so viele Dinge, die noch zusätzlich dazukommen. Und dieses Geldwesen, das darf, und der Umgang mit Geld darf auch noch geheilt werden, wie bei uns selbst. Also bei uns selbst, wir dürfen auch diesen Heilungsprozess machen. Aber wenn wir das einmal gemacht haben, zum Beispiel in meinem Fall, durch das finanzielle Nahtoderlebnis, habe ich mir die Frage stellen müssen, wenn mein Bankkonto jetzt auf Null ist oder sogar jetzt Minus, bedeutet das, dass mein Selbstwertkonto auch auf Null ist, auf Minus? Und ich muss euch sagen, im ersten Moment war es schon so. Aber nicht lange. Ich habe eines erkannt, der Selbstwert oder das, was uns als Mensch ausmacht, muss nicht unbedingt verknüpft sein mit dem Bankkonto, auch wenn es im Minus ist oder wenn du wirklich nicht mehr weiter weißt im Leben. Und das ist eine Neugeburt, du erkennst, dass der Wert in dir ist und dass das, was du tust, noch wertvoller werden darf. Also zum ersten Mal bist du der Wert, im Seinzustand bist du der Wert. Das ist eine wichtige Erkenntnis, wer du bist. Und das Zweite ist, dass du auch das, was du in die Welt tragst, wenn du wirkst, dass das auch wertvoll ist. Und die Frage ist jetzt für mich immer gewesen, naja, wenn ich selbst schon wertvoll bin und auch das, was ich tue, wertvoll ist, davon war ich überzeugt, warum funktioniert es dann nicht? Und aus der heutigen Sichtweise sehe ich, dass der Markt, in dem wir alle eingebaut sind, nicht mehr der neuen Zeit entspricht. Also es darf eine Bewegung geben in den Märkten, im Geldsystem, wenn wir Menschen es geschafft haben, in unserem Herzen zu verweilen, einen Herzensweg zu gehen, zu wissen, dass wir jetzt authentisch in dieser Welt sind. Also dieser Herzensweg ist die neue Lotschnur, die neue Ausrichtung in meinem Leben geworden. Und auch die, immer in allen stürmischen Momenten ging es immer nur darum, dass ich meinem Herzen treu geblieben bin. Und ich habe bemerkt, dass sich dadurch dann mit der Zeit schlimme Situationen verbessert haben, dass ich, und das sehe ich jetzt kollektiv voraus, dass sich der Bedarf auf den Märkten, dass sich das Finanzsystem einfach jetzt verändern darf, weil ganz viele Menschen auf diesen Weg kommen und gemeinsam kollektiv umsetzen werden. Und es braucht auch ein neues Geschäftsmodell der neuen Zeit, weil viele sagen, ja, ich habe eine super Idee, jetzt muss ich ein Geschäftsmodell draus machen, weil ohne Geschäftsmodell verdiene ich kein Geld, dann kann ich es nicht umsetzen. Und was es aber braucht, ist, dass ein Geschäftsmodell der neuen Zeit, wir haben hier drei Punkte für uns herausgearbeitet, es liegt im Trend, es liegt in diesem, wie könnte man sagen, es ist ein Zeitgeist, der gerade läuft, es ist ein Zeitgeist, der uns anzeigt, es ist eine Energie in diesem Kosmos, in diesem Raum derzeit, dass eine zentralistisch geführte Politik und Wirtschaft nicht mehr lange Bestand haben kann. Es braucht diesen Wandel und deswegen haben wir das in drei Punkte hinuntergebrochen. Es geht uns hier authentisch im Geist der neuen Zeit zu leben, Werte vor Geld zu stellen, jedoch nicht ohne Geld, also es gibt keine Abwertung des Geldes. die Sinnstiftung vor das Business zu stellen, jedoch nicht ohne Business und die Unternehmensmission und die Unternehmensarchitektur vor das Geschäftsmodell und den Finanzplan zu stellen, aber nicht ohne Geschäftsmodell und Finanzplan. Im Gegenteil, natürlich brauchen wir noch immer Geschäftsmodelle und Finanzpläne und die sind jedoch einer Unternehmensmission untergeordnet. Und das ist so wichtig, dass wir diese Neuausrichtung haben. Also wir kommen von einer, ja man könnte sagen, von einer materialistisch zentrierten, zentralistisch geführten Leistungsgesellschaft in eine neue Wertegesellschaft, die sich organisch organisiert neu. Und zwar einem Ziel untergeordnet, das dem Gemeinwohl dient. Und in diesem Zusammenhang, ich habe da jetzt noch ein Bild aus einer alten Präsentation, wie gesagt, hier noch einmal die Einladung, dass ihr euch die anderen Videos anseht, wo ich das genau erkläre. Wenn jetzt zu mir jemand sagt, wir haben freie Märkte und wir haben eine freie Realwirtschaft, dann sage ich, nein, also ich sehe das nicht so. Ich sehe hier, dass wir in einer kontrollierten Realwirtschaft leben und eine geldabhängige Gesellschaft und Wirtschaft leben, das Rote. Und das ist deswegen, weil das Geld nicht demokratisch oder in einer demokratischen Institution, mit dem wir arbeiten, erzeugt wird, sondern zentralistisch geschöpft wird von einer Lobby. Ich habe es hier schwarz eingezeichnet als Lobby, die Lobbyinteressen hat und die sowohl Geld steuern und auch Märkte steuern. Also ich muss ehrlich sagen, wenn jemand glaubt, es gibt noch freie Märkte oder das Geld, man muss nur ordentlich tüchtig sein und dann kommst du schon zu Geld, da gibt es auch andere Kräfte und ich nenne das jetzt einmal private Scheinwirtschaft. Und diese private Scheinwirtschaft, ich erwähne sie heute nur, aber ich möchte sie einfach da einfach stehen lassen, wo sie ist, denn mir ist bewusst, dass die Aufmerksamkeit, die ich habe, auch sehr wertvoll ist, dass sich meine Aufmerksamkeit auf etwas richtet, was ich mir wünsche und das war immer auf ein autarkes Wertesystem, dass wir wieder eine freie Realwirtschaft haben können. Und dazu gibt es eben diese Idee, dass wir eigene autarke Wertekreise in die Welt setzen für Gemeinwohlinteressen. Also wir haben zum einen ein gemeinsames Ziel, es gibt nicht nur irgendwelche Geschäftsmodelle, wo der eine verdient und der andere blutet, sondern es gibt neue Geschäftsmodelle, die dem Gemeinwohl dienen und es beginnt in autarken Wertekreisen. Warum sind Kreise wichtig? Das kann man sich gut an einem Beispiel veranschaulichen mit einem Brunnen zum Beispiel, der ein in sich geschlossenes Wasserkreislaufsystem hat. Wenn da ein Loch im Brunnen ist und das Wasser rinnt ab, dann wird die Fontäne irgendwann versiegen. Aber wenn das Wasser, wenn die Fontäne dieses Wasser in den Brunnen ergießt und es wieder nach oben gepumpt werden kann, dann dreht sich dieser Wasserkreislauf und es ist auch kein Zufall, dass wir in der Finanzwirtschaft von Liquidität sprechen. Also es ist ganz wichtig, dass wir unser Augenmerk nicht nur auf das Geld richten, sondern auf die Liquidität und wie können wir Liquidität erhalten in unserem eigenen Kreislauf, in unserer Familie, in unserer Community, in unserer Region. Und diese Liquidität ist wichtig, weil wir damit auch unsere Kaufkraft erhalten. Also wir haben jetzt zwei neue Begriffe, die sind zwar total gängig, aber die können wir unseren Gemeinwohl Ziel unterstellen, direkt darunter stellen, weil dann öffnet sich unser Horizont. Denn die Frage ist immer, wie können wir autark werden und diese Freiheit gewinnen? Es gibt ein Geldmonopol, wir dürfen kein Geld erzeugen, das ist einfach so, aber wir dürfen Kaufkraft oder Liquidität erzeugen und das ist möglich und das ist eben in der Situation, in der wir jetzt leben, einfach notwendig, so zu denken. Wenn das nicht ist, dann haben wir die Situation, wie man sie hier sieht, das gilt regional genauso wie international, wir sind die Konsumenten, wir haben regionale Produzenten, Unternehmer, und das Spannende ist, dass wir Konsumenten in den meisten Fällen unser Geld nicht zu den regionalen Produzenten tragen, sondern zu internationalen Produzenten oder Großkonzernen und hier gibt es einen großen Nachteil, weil nämlich genau das Leck im Brunnen ist, dieser Kaufkraft Abfluss aus der Region, ins Internet, wo auch immer und das erzeugt diese sozialen wirtschaftlichen Zwänge, weil die Kaufkraft nicht in der Region erhalten bleibt. Wir wissen, dass die Großproduktion, internationale Großbetriebe und so weiter noch zusätzliche Nachteile haben, wie Umweltbelastungen, Ausbeutung von Ressourcen, übermäßig und so weiter, aber das ist ein anderer Punkt. Wie könnten wir jetzt das lösen, was wäre, wenn wir hier einen Regio-Club davor setzen und das gibt es auch in einem anderen Vortrag von mir, bitte anschauen und zwar der größte Konsumenten-Club in Österreich, der heißt JÖ. Das habe ich schon gebracht, ich glaube 3,6 Millionen Österreicher nützen diesen Club und wir wissen, das Geld, das wir dort hineintragen, in alle Betriebe, die da angeschlossen sind, das geht in diese große industrielle Produktion großteils und die Alternative wäre, dass wir eine Ergänzung haben zum herkömmlichen Club, Bonus-Club JÖ und dieser Bonus-Club, der könnte Regio-Club heißen, wie auch immer, könnte auch Soul-Club heißen, wie auch immer, das ist egal, aber es geht einmal darum, dass wir sehen, wenn Konsumenten über einen Regio-Club mit den regionalen Produzenten wieder verbunden sind, dass wir hier wieder einen Kreislauf zusammenbringen, dass die Wertschöpfung, die Kaufkraft und die Arbeitsplätze in der Region erhalten bleiben und dass wir da sozial und wirtschaftlich unabhängiger werden und dass hier positive Umwelttrends eingeführt werden können. Also das wäre ein interessanter Zugang, wie man das drehen kann und diese Wertekreise und diesen Regio-Club, der braucht Dynamik, der braucht Lebendigkeit und dadurch, dass wir hier Medienkanäle aufbauen, können wir über Medien Propaganda machen für etwas, was dem Leben dient. und es wird so viel Propaganda hier in dieser Welt gemacht für Dinge, die es teilweise nicht braucht oder Dinge, die schädlich sind. Es ist wichtig, dass wir jetzt einmal Propaganda machen in einem positiven Sinne für etwas, was dem Leben dient, für eine unabhängige regionale Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft. und was es noch dazu braucht ist jetzt und was wir auch abdecken, ist ein sogenannter Förderfonds, ein Fonds, wo wir auch Kaufkraft erzeugen und auch lernen, damit umzugehen und zu tauschen in der Region. Und hier jetzt noch einmal das Zusammenwirken, was brauchen Produzenten, was brauchen Konsumenten, was brauchen wir als Gemeinschaft. Ich kann jetzt in einem Regio-Club natürlich nicht die Güter abbilden, die wir, die uns das Leben super schön machen, die wir derzeit konsumieren, aber einen kleinen Teil könnten wir beginnen mit regionalen Produkten. Also wenn wir mal mit regionalen Produkten beginnen, wäre das schön, dass wir wieder Produzenten unterstützen, die in der Region sind und diese regionalen Produkte konsumieren, denn wir wissen, derzeit geht es uns noch viel zu gut. Wir können eigentlich eh noch immer alles konsumieren, aber was ist und es ist relativ wahrscheinlich, dass es auch passiert, was ist, wenn wir vielleicht doch, wenn unsere Grundversorgung oder die Grund- und Nahversorgung ins Schwanken kommt, dann haben wir wirklich ein Problem, solange die Grund- und Nahversorgung funktioniert, könnte auch rundherum die Wirtschaft zusammenbrechen, das wäre möglich, das würde uns jetzt noch nicht so arg treffen. Und in diesem Kreislauf rede ich jetzt einmal direkt davon, hier seht ihr eine Art Güterkreislauf, wo Unternehmen können Agenturleistungen und Werbung brauchen und Konsumenten können regionale Produkte brauchen und der Regio-Club, der diese Medienarbeit leistet, diese PR-Arbeit und die Vernetzungsarbeit und auch diese Kaufkraft erzeugt, der kann über die Klub-Mitglieder seine Tätigkeit durchführen und wenn wir hier nur von Euros reden, dann haben wir sozusagen im Gegenzug auch die Euros laufen, also Konsumenten zahlen an Produzenten Geld, Produzenten können auch Mitgliedsbeiträge beim Regio-Club zahlen und so weiter, es geht auch in beide Richtungen und hier haben wir jetzt noch den Sol als Wertetauschmittel eingeführt, dass wir hier einen Turbo einbauen können, wenn wir den Turbo haben, ich kann mit einem Wertetauschmittel in der Region Güter bekommen oder zumindest Preiswerte bekommen als Güter außerhalb der Region, dann würde hier eine positive Entwicklung entstehen. Das funktioniert interessanterweise hier am Blatt Papier, aber in der Realität nur, wenn wir Gemeinschaften bilden und es braucht Konsumentengemeinschaften, Unternehmergemeinschaften und auch eine Mediengemeinschaft. Ich hatte vor kurzem einen Unternehmer bei mir auf Sendung, der Hightech-Roboter herstellt und künstliche Intelligenz auch verwendet, wo man denken könnte, dem geht es finanziell gut, der braucht sich um Geld keine Sorgen machen, aber er hat eins zu mir gesagt, es geht nicht nur den kleinen und Mittelbetrieben so, dass sie unter finanziellem Druck leiden, sondern auch den größeren Betrieben, die im großen internationalen Märktenbestand beständig sein kleine Betriebe und große Betriebe, die sich konsolidieren, zusammenbringen und das ist ihm mittlerweile gelungen, er hat ein Netzwerk von, wenn ich jetzt die Zahl richtig im Kopf habe, ca. 7000 Unternehmern die zusammenhelfen und ich habe dann zu ihm gesagt, was wir noch brauchen, ist jetzt ein zweiter Schritt, die Unternehmer, die zusammenhelfen und die Konsumenten, die sich dann als Teil der Wirtschaft verstehen. Also es braucht den Bewusstsein, dass die Konsumenten und die Produzenten, die sich alle konsolidieren, dass die ein gemeinsames Bewusstsein haben und dass wir sagen, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Gemeinschaft, die zusammenhält. Und wenn wir von Geld reden, gibt es immer die drei Punkte, ich möchte noch eine Viertel Stunde haben. Die Geld Schöpfung kann in der Region basieren, wie das geht, zeige ich in den Videos, das wisst ihr. Wichtig ist, dass wir selbst diese Werte erzweigen können, es gibt die Möglichkeit in Form von Gutscheinen, digitalen Gutscheinen und so weiter. Dann geht es noch um die Verteilung, also die Verteilung, wie Geld verteilt wird, das ist auch eines der Schlüsselpunkte und dass wir es eben regional einsetzen. dafür gibt es diesen Club, den wir entwickelt haben, einen Club fürs Leben sozusagen, wo alle mitmachen können und vor allem auch in jeder eigenen Region kann man einen eigenen Club installieren. Und die Idee dieses Regio Clubs ist, dass wir sagen, bau dir deinen eigenen Regio Club, es geht uns in allen darum, dass wir die Wirtschaft aktiv mitgestalten und über diesen Regio Club kann zum Beispiel ich habe da das Logo Thermenland und Vulkanland Steiermark einfach ausgesucht und dazu gefügt, weil wir das Konzept des Regio Clubs in jeder Region machen können und im Workshop wollen wir heute auch schauen, wie kann man das direkt umsetzen, wie kann man zum Beispiel mit so einem Regio Club eine Community im Vulkanland aufbauen mit einem eigenen Tauschmittel und das ist es in Wirklichkeit, der Regio Club ist ein Verbund von Unternehmen und Konsumenten, die für ein faires, nachhaltiges Wirtschaften in der Region kooperieren. Die Vorteile liegen auf der Hand. Auch das kann ich jetzt überspringen. so ein Marketing Club, den ich für jeden von euch installieren kann in eurer Region oder in eurer Community, den könnt ihr genau eins zu eins übernehmen, was hier passiert. Man kann sogar das Mitgliedssystem übernehmen, wie man zum Beispiel über Mitgliedsbeiträge den Verein, den ihr habt, finanzieren kann, zum Beispiel in verschiedenen Stufen, in verschiedenen Kategorien. Jeder, der mit einen Euro-Beitrag in deinen Verein einbringt, bekommt dafür ein Guthaben von Seoul. In dem Fall gibt es einen Hebelmechanismus, viele wissen das schon, weil wenn man sich das antun möchte, dass jemand sagt, ich mit dem Euro und auch mit dem Seoul arbeiten, dann braucht es einen Vorteil und über Mitgliedschaft in einer Community kann man mehr Seoul bekommen, also ein Seoul ist ein Euro wert, das heißt, wenn ich einen Euro in den Verein hineinstecke, bekomme ich zwei Sohlen, mit denen ich etwas tun kann und dann gibt es noch die Planned Soul App, die wir entwickelt haben, da gibt es auch ein eigenes Video dafür, diese Planned Soul App ermöglicht, dass wir belohnt werden, wenn wir in der Wirtschaft bei Partnerbetrieben einkaufen, die bei diesem Planet Soul System mitmachen und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, dass man, wenn sich jemand sozial engagiert, hier auch Soul bekommt für sein Engagement, MAU, also ein Sozialeinkommen oder ein Pro Bono Einkommen. Das gibt es auch alles in den anderen Vorträgen, das kann ich auch überspringen. Es gibt auch ein Partnerprogramm, das wir entwickelt haben, das ihr für eure Mitglieder und für eure Region genauso nützen könnt und umsetzen könnt, wo ihr auch bei uns sein könnt und damit können wir neue Finanzkraft in der Region erzeugen. Eins noch vielleicht interessant, es geht mit allem, es geht also mit Gutscheinen, mit Papiergutscheinen, es geht mit einer Karte, es geht mit einer digitalen Wallet, also ein direktes, gehen wir kurz weiter noch, und zwar über eine digitale Wallet, über eine Bonus-App, all das, das sind nur die Hilfsmittel, mit denen wir Kaufkraft erzeugen und eine Community erzeugen können. Wichtig ist, dass wir nicht abhängig sind von der digitalen Welt und hier in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ein Wort zu dem Thema digitale Zentralbank Währung, also weil wir das auch im Titel unseres Vortrags heute haben, was was ist denn da die Gefahr an dem Ganzen, wir können es dann auch im Forum besprechen, im Prinzip geht es ja darum, wenn wir das Bargeld aus der Hand geben und hauptsächlich oder nur mehr sogar digital bezahlen können, dann können digitale Regeln uns uns den Zugang zum Geld versperren und im Prinzip ist das nicht ganz so schlimm, wenn man weiß, wer das kontrolliert, aber wenn wir es nicht selber kontrollieren, dann ist es ein Problem und deswegen ist es interessant, dass wir so wie auch andere einen Weg eingeschlagen haben der digitalen Währung, also es gibt den Soul und nicht nur den Soul auf einer digitalen Blockchain, die wir mit gegründet haben sogar, die heißt Infinity Economics und in diesem Ökosystem können wir regionale Tauschmittel installieren, also wir können da einen Vulkanland Zeitwert genauso installieren wie einen weiß ich nicht Oberösterreicher Thaler oder sonst irgendwas wir können alles in einem gemeinsamen Ökosystem installieren wie man das macht das kann ich das möchte ich ansatzweise im Workshop dann zeigen und ich glaube ich bin jetzt einmal an einen Punkt gelangt wo ich hier eine Pause machen kann schauen einmal kurz in die nächste Richtung das haben wir eigentlich im Prinzip auch gesagt dass der Soll für Gemeinwohlorientierung eingesetzt wird was uns im Leben förderlich ist von Kunst über Bildung über Gesundheitseinrichtung Gemeinschaftsprojekte Nah- und Selbstversorgerkreise und dann haben wir noch ein Modell entwickelt das jeder auch für seinen eigenen Verein verwenden kann das weil jeder ja einen ganz anderen Zugang hat und unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen hat man kann hier in dieses Ökosystem eintauchen als Sprecher als Botschafter oder Repräsentant eines neuen Wirtschaftens oder als Redakteur als mitmachen als Sponsor Investor mitmachen oder als Wirtschaftspartner und hier an dieser Stelle sage ich immer der nächste Schritt ist dann das persönliche Gespräch und das kann man sich bei mir auf meiner Terminbuchungsseite booking.radiosolati mit mir holen und heute gibt es den besonderen Anlass und die Möglichkeit dass wir dieses persönliche Gespräch dann im Workshop weiterführen können und dann ganz konkret schauen wie bauen wir so eine Regionalwährung für eine kleine Region auf gemeinsam an diesem Punkt stoppe ich jetzt einmal meine Präsentation so gut ich habe hier jetzt einmal eine Gesprächsbasis auch hingelegt und mein Wunsch ist dass wir gemeinsam jetzt hier über das Thema sprechen wie wir die Chancen sehen sehen gemeinsam etwas in die Gänge zu bringen wie wir die Chancen und auch die Zeichen der Zeit heute ergreifen oder in dieser Zeit ergreifen und sagen ja jetzt legen wir los was könnte noch im Weg stehen und was ist möglich also im Prinzip ist meine Aufgabe heute auch und das ist sie nicht nur heute Menschen zu vernetzen also auch euch jetzt heute alle die interessiert sind zu vernetzen zu schauen auch wo gibt es sogenanntes freies Kapital wo gibt es Leute die sagen ich möchte einen Teil meines Geldes in ein neues System investieren und damit einen neuen Wirtschaftszyklus und neuen Wirtschaftskreislauf aufbauen das ist im Prinzip das was es gerade braucht nicht länger unser gesamtes Geld in das alte System verpulvern sondern mit einem Bein ein neues System aufbauen gibt es dazu jetzt einmal eine Wortmeldung von eurer Seite oder gerne auch ein Feedback zu dem was ich bis heute gesagt habe ja ich würde mich melden ise bitteschön also lieber Gerhard eine ganz tolle Präsentation so klar und deutlich aufgezeichnet wir kennen uns schon eine ganze Zeit und mein Thema ist ja auch das Geld aber es ist ja nicht nur das Geld unser Leben gerade gerade nicht nur aus Geld und ganz toll diese Idee die Formulierung und ich bin schon wahnsinnig gespannt auch den zweiten Teil wo wir in die Diskussion ins Tun kommen denn über Ideen lässt sich ja gut unterhalten aber das Tun ist das Wichtigste und ich sehe da sehr sehr viele Ansätze in dieser ausgezeichneten Präsentation Glückwunsch Dankeschön Wer möchte noch Ja ich hätte noch etwas zu sagen du hast gesprochen von Investoren also investieren welche Summe oder wie stellst du dir das vor Gute Frage ich würde sagen wenn du einen Verein hast und du hast ein Projekt umzusetzen dann musst du dir selber eine Haushaltsrechnung schreiben und sagen wie viel Geld brauchst du sagen wir mal du bist mit einem zweiten du möchtest gerne davon leben können von dem Projekt dann brauchst du mal ungefähr 2 mal 2 3.000 Euro wenn du eine noch zusätzliche Infrastruktur dazu kaufen musst und so weiter du hast also dann einen Haushaltsplan wie viel Geld brauche ich und dann gehst du mit dieser Summe sagen wir mal Hausnummer 30.000 Euro brauchst du für deinen Verein und dann kommst du zu uns und sagst du ich möchte gerne dieses Geld diese 30.000 Euro zusammen bringen wie können wir SolPay jetzt einsetzen um dieses Geld zusammen zu bringen und wie können wir jetzt die Menschen darauf dazu motivieren auch egal ob sie jetzt 10 Euro 5 Euro 100 Euro oder 1000 Euro in das Gemeinschaftsprojekt des Vereins einbringen wollen also die Summe selber ist total individuell was du halt brauchst ja also wir bei Radio Sol wir haben einen Bedarf von ca. 100.000 Euro in diesem Jahr noch ja und diese 100.000 Euro die werden möglicherweise durch ein zwei Investoren abgedeckt in den nächsten Monaten oder vielleicht auch durch 1000 Leute die 100 Euro einzahlen weiß ich nicht ja die Frage ist ob wir unser Projekt so interessant machen können dass die Leute sagen dann möchte ich dabei sein und was bekommen sie dafür also wenn jetzt zum Beispiel jemand 100 Euro in deinen Verein investiert dann bekommt er 200 Sol jetzt wird er sich fragen was mache ich mit dem Sol das ist auch die nächste Frage das eine was ich dir garantieren kann du kannst mit Sol Marketing Leistungen und Sendezeit bei Radio Sol bekommen das ist das Erste das Nächste ist für deinen persönlichen Nutzen braucht es Unternehmer aus deiner eigenen Region und so gehen wir auch vor das heißt wir schauen uns an welche Region gibt es in deiner Umgebung welche Unternehmer gibt es in deiner Region die du gerne als Partner hättest und dann gehen wir gemeinsam dorthin und sagen es gibt dieses Kreislauf Konzept und angeschlossen ist ein Medien Unternehmen ein Informationsdienst und werde du Partner in diesem Konzept und damit können wir uns regional unabhängiger machen ist das gut beantwortet so also der Betrag selber ist total individuell für jeden der ein Netzwerk betreibt was braucht er können wir diese Summe in Sol abbilden in doppelter Höhe sogar wir stellen diese Sol euch zur Verfügung euren Vereinen dass ihr damit werken könnt und dass ihr damit eure Community aufbauen könnt und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Summe 30.000 Euro brauche wo kommen die dann hin was passiert mit denen das verstehe ich nicht ganz also die kommen auf dein Vereins Konto 30.000 Euro ich sehe da noch ein Modell der neuen Zeit dass wir eine richtige Win-Win Situation erzeugen das finde ich die schönere Seite und Version dass wir gemeinsam vorwärts gehen und das Projekt das du betreibst und das Projekt das wir hier bei Radisol betreiben was wäre wenn wir uns die Einnahmen die reinkommen teilen immerhin hast du auch unsere Werkzeuge genützt unser Know-how das wir aufgebaut haben und diese Teilung könnte 50-50 sein es könnte auch ein anderes Verhältnis sein aber was wäre wenn wir gemeinsam alles was reinkommt uns teilen der eine Vorteil ist du hast ein neues Einkommensmodell das du früher nicht hattest also es wird erfolgreich sein gehen wir davon aus und du bekommst neue Einnahmen und Radisol oder Planet Sol unser Fonds bekommt auch Einnahmen deswegen weil wir uns gemeinsam weil wir uns zusammen getan haben und damit wird auch unsere Beratungsleistung unsere Infoskultur die wir dir zur Verfügung gestellt haben auch mitfinanziert es ist ein anderer Zugang wenn ein Unternehmer zu einer Werbeagentur geht dann muss er mal Geld hinblättern oder wenn er sich ein Inserat in einer Zeitung kauft muss er mal Geld hinblättern aber dann weiß er nicht ob irgendwas zurückkommt also er kauft sich eigentlich nur eine Option auf Erfolg aber ob das erfolgreich ist weiß man nicht aber wenn wir einen neuen Weg gehen und sagen die Einnahmen die da generiert werden die teilen wir uns und je aktiver wir werden wir sind auch selbst ständig motiviert das gemeinsam zu machen dann gibt es eine andere Dynamik wir haben keine hohen Startkosten im Gegenteil wir haben große Chancen dass das richtig abhebt das Projekt und dann können wir über unsere 30.000 Euro die wir uns als Ziel gesetzt haben auch vielleicht mehr einnehmen und wir schauen uns auch dann gemeinsam an wie wir sie vielleicht investieren wollen vielleicht wollen wir deinen Verein größer machen vielleicht wollen wir eine neue Sendeanlage bauen die in deiner Region dann zusätzlich ausstrahlt wie auch immer all diese Sachen werden wir gemeinschaftlich dann machen das ist das Denken dieser neuen Zeit dass wir ein Gemeinschaftsprojekt dann starten ist das so gut verständlich wenn ich das richtig verstanden habe dann sollen ja auch Firmen in der Gemeinde motiviert werden den Sol anzunehmen zum Beispiel ein Lebensmittelgeschäft das den Sol dann annimmt wie funktioniert es dann mit der Verrechnung weil die bekommen also die haben jetzt Sol und die geben das dann praktisch bei einem anderen Unternehmer das auch Sol nimmt oder bei Radio Sol praktisch tauschen die das habe ich das richtig verstanden das ist richtig hast du diesen Kreislauf noch vor Augen dass sich dieser Sol unter eurem Kreis drehen und die Kreislauf auch bleiben richtig genau ok gut jetzt kenne ich mich aus ich möchte auch eins dazu sagen dass wenn ein Produkt einen gewissen Wert hat und in der Region vielleicht etwas teurer ist weil die Entstehungskosten auch höher sind aber dadurch dass wir nicht nur in Euros bezahlen sondern auch mit Sol einen Teil davon begleichen können und vielleicht der Euro Anteil dann geringer ist als der eines Billigprodukts das einfach nicht gekauft werden sollte eigentlich oder eines Produktes das halt nicht der Region dient dann haben wir sogar das Preis Argument auf unserer Seite das Preis Argument ist eines der wichtigsten Argumente nach dem nach dem Konsumenten handeln sie schauen immer was ist billiger und wo kann können sich noch mehr Geld sparen und wenn die Zeiten härter werden dann schauen sie noch genauer darauf was ist billiger und wir kennen das wenn weniger Kaufkraft da ist wenn eine Teuerung passiert die Inflation greift dann gibt es dieses Problem also wir haben wir können im Prinzip gibt es dann Insolvenzen ich habe Zahlen für heuer dass es heuer 2024 6500 Insolvenzen in Österreich geben wird oder gibt diese Zahlen sind bereits bekannt das ist nur deswegen weil die Konsumenten nicht die Kaufkraft haben die Produkte wertgemäß bei den regionalen Betrieben oder bei den Unternehmen die es gibt in unserer Ökonomie zu bezahlen und weil sie es nicht bereit sind zu bezahlen wenn sie es irgendwo nur um 10% billiger kriegen und wir sehen hier es braucht einen Bewusstseins Wandel und es braucht ein System das funktioniert und das auch einfach umzusetzen ist und dann können wir loslegen also es braucht jetzt diese Grundmenge an Menschen die das wollen deswegen habe ich obwohl ich das System das System schon vor Jahren entwickelt habe es immer wieder hinten angestellt und ich komme dann immer nur mit einem Vortrag so wie heute wieder in die Öffentlichkeit dann wenn aktiv Leute mich fragen also nur wenn eine Frage auftritt kann ich das bei mir verwenden wie könnte ich das bei mir verwenden dann sehe ich es gibt wieder eine Gruppierung oder es gibt Leute die das bei sich umsetzen wollen dann setze ich meine Energie darauf ein und mache mit euch das in eurer Region oder in eurer Community dann machen wir gemeinsam diese Workshops und diese Umsetzung und bis es mehrere machen bis es weiter trägt das Ganze und es ist so es beginnt bei uns im eigenen Herzen es beginnt in konzentrischen Kreisen dann in unserem Umfeld in unserem Unternehmen in unserer Community in der Region in der Nation in Europa und so weiter Manuela Hanke hat die Hand gehoben Ganz kurz Gerhard möchtest du vielleicht stoppen diesen ersten Part mit Vortrag weil der zweite Teil ist ja sowieso auch das Miteinander oder ich wollte es deswegen noch nicht stoppen weil ich hoffe also falls die eine oder andere Frage noch kommt die auch wertvoll ist jetzt dafür den Inhalt gesehen wäre es ganz gut wie viele Fragen haben wir zwei glaube ich insgesamt noch dann nehmen wir die noch dazu und dann stoppen wir das dann machen wir auch eine kurze Pause wir haben jetzt fünf Minuten schon überzogen und jetzt kommt Anna-Ela ja hallo Gerhard und Andrea und alle anderen ihr seid mir wahrscheinlich jetzt gerade schon ein bisschen mehr voraus ja weil ich habe dass das ich höre von dem das erste Mal ja also ich habe keine YouTube Videos im Voraus schon gesehen oder sonst was sondern habe das jetzt wirklich das erste Mal gehört dass ihr das mag beschäftigt mich schon länger auch mit mit regionalem Wertschöpfungsprogramm habe aber auch noch keine Lösung ja gefunden was meine Frage jetzt ist wenn man Geld braucht um dieses Sol also wenn man vorher Geld braucht um Sol zu haben wo liegt dann der Unterschied zum jetzigen Geldsystem das ist das ist mir noch nicht klar weil wenn selbst wenn wenn die Inflation dann immer höher wird und ich nur mal angenommen ich habe jetzt ich 5000 Euro tausche die um in Sol und kann damit arbeiten wenn das Geld da draußen plötzlich kein Geld mehr ist dann habe ich auch keine Möglichkeit mehr Sol in irgendeiner Form zu tauschen oder bin ich da jetzt völlig falschen Fuß also ich würde es so formulieren und zwar du brauchst du hast es so gesagt man braucht Geld um den Sol zu bekommen das ist nur teilweise so also es gibt mehr Möglichkeiten den Sol zu bekommen also du brauchst kein Geld um den Sol zu bekommen aber wenn du für deinen Verein Geld brauchst dann brauchst du auch Geld um den Sol zu bekommen also sozusagen du du brauchst Geld für deinen Verein und du wirst deine Gründe haben warum du Geld brauchst wir alle brauchen Geld zum Leben ja und deswegen braucht es schon auch Geld aber es gibt mehrere Mechanismen wie du Sol bekommst und dieser erste Mechanismus dass ich auch Geld einbringe das ist nur einer von vielen der könnte sich dann ad acta legen das heißt es könnte sein dass wir dann und wenn ich das richtig verstanden habe du hast das Szenario skizziert dass es vielleicht keinen Euro gibt oder keinen verfügbaren Euro dann funktioniert sehr wohl der Sol weiter ja also dann sind wir sowieso dann ist es klar dann werden wir alle diese alternativen Möglichkeiten nützen weil es einen Austausch immer wieder immer brauchen wird wenn es keinen Euro gibt aber es wird den Euro immer geben und da möchte ich auch noch eins dazu sagen ich habe diese Entwicklung des Geldes bis zum Buchgeld die wird jetzt im nächsten Jahr oder zumindest in den nächsten Jahren auf jeden Fall in die nächste Stufe kommen also ihr wisst schon es gibt diese die Zentralbank Digitalwährung die vorbereitet wird und ich prognostiziere da könnt ihr ganz anderer Meinung sein aber ich sage euch es ist ein neuer Schnitt im System geplant also das alte Geldsystem ist an seine Grenze gekommen und es wird im Prinzip die Wirtschaft vor allem die regionale Wirtschaft an die Wand gefahren so gut wie möglich von diesem System damit es als Retter mit der Zentralbank Digitalwährung dann kommen kann und sagen kann sogar hey wir machen Schuldenschnitt ihr bekommt vielleicht sogar ein Guthaben all das wird uns wahrscheinlich dann angeboten werden und das klingt wunderbar und für viele die sich mit diesem Geldsystem und auch mit den mit diesen Eliten die das Geldsystem betreiben nicht beschäftigen die werden sagen genial nächster Schritt machen wir weiter so ja ich möchte aber hier gerne Bewusstsein schaffen dass es ja Alternativen gibt und die die eine Alternative ist die sogenannte DAO also eine DAO eine dezentrale autonome Organisation und die kann man zum Beispiel mit einer Blockchain umsetzen und da gibt es keine Zentrale die bestimmt ob dein Konto zugesperrt wird aufgemacht wird belastet wird oder ein Guthaben empfangen darf du bist der einzige Herr deines eigenen Kontos und niemand kann dir das wegnehmen und das ist eine ganz andere Herangehensweise und wenn wir alle miteinander so ein Konto haben und einfach experimentiell jetzt einfach das einmal ausprobieren und machen gemeinsam und dann sehen ja da funktioniert es noch nicht so gut aber in diesem Bereich schon dann werden wir damit vertraut und wir wissen wir sind mit einem Bein safe wir sind auf der sicheren Seite denn in Wahrheit zählt am Ende nicht das Geld sondern der Wert der Wert ist es der zählt und diesen Wert den haben wir es wird keine Macht der Welt wird uns jemals unseren Wert nehmen können und es wird immer irgendwo eine Möglichkeit geben dass wir unsere Werte erhalten und auch tauschen können da bin ich ganz voll davon überzeugt jetzt so prophetisch gesagt wer wollte noch was sagen Thomas ja vielen Dank er hat also für den Vortrag einmal und dann überhaupt dass es diese Veranstaltung gibt dass du das da eingeladen hast ich wollte noch einen anderen Aspekt zu dem Thema dazu fügen und zwar einmal ist es gut dass das Projekt ins Laufen kommt aber auf der anderen Seite ich denke ja immer aus verkäuferischer Sicht wie kann man Leute erreichen dass sie das Problem verstehen überhaupt also ich bin ja gelernter Banker und ich habe 25 Jahre quasi das Problem überhaupt nicht gesehen weil ich betriebsblind war und Leute die die gar nichts mit Geld zu tun haben die sind ja so in diesem in diesem Normalsein gefangen die verstehen das Problem überhaupt nicht was ist eigentlich ja los deswegen die Frage ob man nicht parallel zu dem Projekt das es ins Laufen zu bringen gilt sich überlegt mit welchen einfachen Fakten oder Fragen oder so kann ich denn Leute sensibilisieren das Thema ja also dass man sagt man macht so eine Kommunikationsabteilung oder so irgendwas ja ich will aber nur als Beispiel nennen ich habe diese Woche telefoniert mit einem Organisator von einer Initiative unser Dorf zahlt bar und da sind ganz schnell da gab es einen Vortrag und da sind ganz schnell 70 Unternehmer zusammengekommen ja die gesagt haben wir machen damit weil uns die Kartenzahlungsunternehmen immer so und so viel immer abknappt von unserem Umsatz und so also die hatten einfach handfeste Argumente zu sagen ich mache damit weil es mir einen Vorteil bringt ja und wenn man sowas irgendwie ganz knapp formulieren könnte um da Leute zu erreichen dass die sagen finde ich gut mache ich mit ja ich glaube das ist auch ein wichtiger Punkt wie wie kriegt man mit einfachen Worten Leute dahin dass die sagen boah das ist eine gute Idee die bekommen da mache ich mit Thomas Dankeschön für diesen Input und zwar zwei Dinge das erste ist einmal Radio Soul ist ja ein Sprachrohr ein Medium und wir machen in diesem Bereich ganz viele Sendungen Aufklärungsarbeit dafür und wenn jemand wenn ihr jemanden kennt der auch zu diesem Thema etwas zu sagen hat bitte kommt auf Sendung das ist das eine also wir machen Bewusstseinsarbeit aktiv aber was wir nicht machen Menschen überzeugen dass das alte System schlecht ist und das neue ist besser sowas machen wir gar nicht sondern ich spreche nur mit Menschen die sich von sich aus interessieren dafür die das schon verstanden haben und deswegen braucht es eigentlich nur uns die wir es schon verstanden haben wir müssen das nicht jetzt da wir brauchen nicht jetzt warten bis die die Mehrheit der Menschheit das verstanden hat und dann legen wir los nein wir können jetzt loslegen und in kleinen regionalen Kreisen das vorzeigen dass es funktioniert und wenn das ich sage mal marketingtechnisch sexy ist dann werden die anderen einfach sagen hey das ist aber cool wie die das machen da habe ich eine App lässig und da drücke ich drauf und hey da kann ich das und das machen und einfach vorleben das ist alles niemanden überzeugen sondern wir leben das jetzt vor in kleinen Kreisen wir machen das für uns und ich glaube dass die Zeit sowas von reif ist dass ganz viele sagen das ist eine schöne ähm nicht alternative es ist eine schöne Ergänzung noch einmal es ist eine schöne Ergänzung zu dem was wir jetzt schon haben und leben und das macht Spaß ok ok dann letzte Wortmeldung nach und dann machen wir eine Pause Alda Hallihallo schön dass du auch da bist du wolltest was sagen also Alda apropos Alternativen du weißt doch Alternativen Alternativen schon seit Jahren bin ich so fasziniert von der Möglichkeit eine parallele ja Entgeltwirtschaft ich sage nicht Geld ich sage Entgelt aufzubauen und ich habe auch immer wieder kleine Ideen wo ich also zum Beispiel meine Vereinsmitglieder da hineinbringen könnte sich damit einmal zu beschäftigen aber das ist noch lange kein Wirtschaftskreislauf der dann halten wird weil ich kann also meinem Gemüsebauern nicht sagen nimm da den Sohl wenn er mit dem nichts anfangen kann der braucht halt das Geld für sein Saatgut und so also das muss halt ein bisschen rundum gehen dass sich das in einem Wirtschaftskreislauf bewährt ja andere kleine Dinge geht es ja schon ja und diese kleinen Dinge bin ich gerne bereit zu befeuern das weißt du und ich habe da auch eine Idee dazu könnte man mal darüber reden wie ich das bei mir implementieren könnte dass zumindest meine Mitglieder damit einmal konfrontiert werden mit diesem Gedanken ja was mich fasziniert hat am Anfang oder na fangen wir mal an mit dem was ich dich frage ob du das schon geändert hast ich bin ich lasse mich sehr sehr ungern verappeln ja wenn ich die Apps von iTunes oder Google Play Store holen muss wenn du diese App jetzt endlich auch auf deiner Webseite zum runterladen hast hole ich sie mir auf der Stelle aber ich glaube in den Kreisen die sich für so ein System interessieren könnte es sein dass da mehrere so denken wie ich das ist der Punkt eins das ist also ein bisschen eine Frage ich habe das vor drei Jahren glaube ich das erste Mal aufgebracht und seitdem kann ich nicht aktiv sein solange das nicht ist weil ich mich nicht veräppeln lasse ok danke das waren einige Punkte ja und das nächste ist es hat mich seinerzeit sehr fasziniert und das ist ja ein Punkt der für noch bestehende Unternehmer die mit Euro sicher umschlagen ausschließlich ein Argument ist dass bei diesen 10 bis 50 Prozent soll Akzeptanz das gegenüber dem Finanzamt als Gutschein sozusagen gilt und nicht zu versteuern ist das ist auch ein Argument für viele vor allem für Dienstleister also es ist sicher schwerer wenn man in der Produktion steht die einem selber was kostet aber diesen Punkt würde ich auch hervorkehren und es kommt garantiert jetzt ist die Zeit reif der Punkt wo viele schlagartig verstehen dass es von Vorteil ist ein zweites Standbein zu haben und nicht ausschließlich auf rein digitales Staatsgeld angewiesen zu sein sagen wir so ich hoffe ich kann jetzt deine Fragen richtig zusammengefasst beantworten das erste war wo du das Beispiel genannt hast mit dem Bauern der nicht nur den Sohl akzeptieren kann sondern auch Geld braucht da gibt es zwei Herangehensweisen das erste ist einmal wenn wir so ein Gemeinschaftskonto haben wo Geld hereinkommt durch unsere Freunde und alle die unsere Arbeit die Arbeit unseres Vereins oder unsere Initiative toll finden dann können wir ja das auch zum Beispiel dritteln wir können sagen ein Drittel kommt in den Verein direkt ein Drittel kommt an die Medienplattform und die Organisation und ein Drittel kommt in den sogenannten sagen wir mal Angstbewältigungsfonds man kann es auch anders benennen sozusagen das ist dann dieses Geld was wir in Reserve uns aufheben für Menschen die sagen ich habe Bedenken ich mag ich probiere es vielleicht mit Sohl oder ich probiere es gar nicht mit Sohl weil da fehlt mir vielleicht das Geld also auch da gibt es eine Möglichkeit dass man sagt okay wenn du wieder aussteigen möchtest und es ist Geld in diesem Fonds drinnen dann kriegst du halt dein Geld zurück dann hast du es halt nicht gemacht oder möchtest du es halt nicht machen das wäre die eine Variante da habe ich gleich eine Rückfrage weil das war ja die Falle in die die Inwörter getapst sind ja lass mich lass das einmal so gestellt ich weiß dass ich nicht terminologisch nicht richtig jetzt am Weg bin du kannst nicht einfach Gutscheine in Geld zurücktauschen das geht so nicht da gibt es aber eine andere Möglichkeit ich habe es nur nicht jetzt einfacher darstellen können es geht ganz anders rechtlich gesehen einwandfrei dass ich wieder aussteige aus dem System und keine finanziellen Schaden daraus hatte lass mir das bitte so stehen und die zweite Sache ist wenn ein Bauer oder ein anderer Betrieb sagt ich weiß nicht ob ich mir das antun soll aber als 10% Partner könnte ich ja trotzdem mitmachen weil 10% da riskiere ich nichts dann habe ich auf jeden Fall neue Kunden die bei mir was konsumieren über dieses Netzwerk und 10% kann ich auch verschenken also im Notfall weil 10% gebe ich leicht woanders auch ab oder aus oder 20% ich kann auch aus 20% mitmachen weil ich bin mir sicher ich kriege sowieso genug Geld in die Kasse damit ich mal das ausprobieren kann also das ist schon eine schöne Annäherungsmöglichkeit an das System richtig ja brummen wird das System natürlich wenn ganz viele 50% Partner sind weil dann kommt das voll ins Gewicht da merkst du richtige Unterschiede aber das muss ja nicht sein für alle die etwas vorsichtiger sind und die dritte Frage also es im Prinzip jetzt jeder kann mitmachen weil er im Prinzip kein Risiko hat es geht auch ohne Risiko mitzumachen es einfach zu lernen und auszuprobieren und die dritte Frage war mit der App ja ich verstehe das ich selber mir macht das gar nichts dass ich eine App also auf meinem App Store mir Apps runterlade und ich würde auch sagen 90% der Österreicher denen macht es auch nichts also diese App wird durch diese Art und Weise dass es in einem App Store verfügbar ist die meisten Menschen ansprechen und die Menschen die es nicht ansprechen die werden halt die direktere Version unseres Systems verwenden nämlich die Blockchain und für die Blockchain brauchst du keine App das heißt du kannst ich zeige nochmal das Bild rein das war das da also du kannst neben unserer normalen Planet App kannst du ein Infinity Economics Wallet installieren das ist auch Teil unseres Workshops heute wir werden heute alle die dabei sind wird ein eigenes Infinity Economics Wallet bekommen und mit da bist du unabhängig du brauchst nur einen Computer einen Laptop ein Handy irgendwo wo du dann diese Wallet aufmachst du bist unabhängig von Apps und du kannst auch innerhalb der App kannst du dann Soul tauschen und genau das ist halt die Möglichkeit dann würdest du wahrscheinlich wenn in deinem Verein besonders viele Menschen sind die so denken wie du würdest du möglicherweise gar nicht von der Planet Soul App sprechen sondern ihnen einmal nur das Wallet vorstellen und mit ihnen gemeinsam einen Kreislauf aufbauen der mit dem Wallet funktioniert ich habe die Erfahrung gemacht dass die das Hemmnis oder sagen wir mal die Akzeptanz von Kryptowährungen bei den Menschen allgemein bei den meisten noch die Hemmschwelle zu groß ist und dass sie leichter eine App verwenden würden aber wenn du mit deiner Community sagst wir wollen die Wallet verwenden dann ist es natürlich möglich das wäre man und also wir haben beide Systeme ich bin nicht gegen die App ich bin nur gegen Google Play Store und iTunes dann verwendest es halt nicht also wenn du wenn die App sozusagen wie bei Telegram direkt von deiner Webseite kommt habe ich sie ja aber ich kann das nicht anbieten du kannst dann arbeitest du im Infinity Economics Wallet einfach wenn du die App nicht nützen kannst weil das ist ein System das so aufgebaut wurde das ist das System für die Mehrheit die Mehrheit nützt Apps und wir wollen in die Mehrheit kommen ich sage nichts gegen die App ich sage nicht das Kritik sondern ich sage dir nur es gibt Alternativen nein zusätzlich für solche Menschen wie mich die iTunes und Google Play Store meiden wollen dass das von der Webseite Telegram wenn die das schaffen schaffst du das doch auch ja du kannst sie jederzeit runterladen das Wallet du arbeitest mit Wallet okay das ist der aktuelle Entwicklungsstand alles andere braucht mehr mehr Geld mehr Workforce wenn du was weiterentwickeln möchtest aber das haben wir schon ich empfehle dir mit der Wallet zu arbeiten okay können wir das an diesem Punkt jetzt hier zu stoppen super